Cara hat mir wieder ein Paket geschickt, vielen lieben Dank dafür und in diesem Unboxing schauen wir uns mal an, was sich hier in der Verpackung so verbirgt und damit auch hey ho zusammen, ich bin der Luca und ich zeige euch die Schachtel mal hier aus der Nähe, dann könnt ihr auch anhand der Ausmaße schon ein bisschen rätseln, was sich denn so schön ist hier drinnen versteckt. Allzu lange möchte ich euch natürlich nicht auf die Folter spannen, ich habe auch hier schon den Umkarton geöffnet, damit ihr mir hier nicht eine halbe Stunde dabei zuschauen müsst, wie ich hier mit meinem Stanley Messer das Paketband auffiesel. Also wir machen es mal auf und wir lüften das Geheimnis, was für ein schönes Geräusch, es ist Kadas neueste Set und zwar ist das DC 63004W, der gelbe Supersportwagen im Maßstab 1 zu 10 aus Technikteilen gebaut, soll einen Lamborghini Aventador darstellen, Optik ist schon mal finde ich ganz gut getroffen. Wir haben auch einige Features, die wir uns gleich nochmal auf der Rückseite näher anschauen. Es gibt das Ganze, dazu komme ich dann auch gleich dazu in einer motorisierten und in einer unmotorisierten Variante und ich weiß tatsächlich noch nicht, ob das hier die motorisierte oder die unmotorisierte Variante ist, das heißt, wenn wir es gleich öffnen, finden wir auch das noch heraus. Insgesamt haben wir 1805 Teile, die offizielle Setbezeichnung ist LP700 Supercar, kein Mock diesmal, sondern eine Eigenentwicklung von Kada, wieder in der praktischen Verpackung mit dem, ich finde den echt cool, diesem Tragegriff, finde ich gut. Wir haben hier, wenn wir uns die Rückseite genauer anschauen, eine Auflistung aller elektronischen Komponenten, die wir dafür brauchen, um das Modell fernzusteuern. Das ist ein L-Motor Pro, ein Servomotor Pro, zweimal die LED-Lichter, eine Akkubox, hier übrigens die neue mit dem weißen Deckel und die übliche 2,4 GHz Funkfernbedienung von Kada. Wir haben Scherentüren mit dabei, wir haben Kofferraum, den man hochklappen kann, wir haben vorne eine Haube, die man hochklappen kann, die man so wie man es hier sieht, dann auch stabilisieren kann, dass sie einem nicht runterfällt. Der Motor ist hier angedeutet und hier nochmal ein Detailbild und allein das Heck, ich finde das Heck allein schon geil. So viel mal zur Optik, wir schauen uns natürlich alle Features und Funktionen dann noch selbstverfreilich im Review genauer an. Und ich kann auch hier nur nochmal betonen, auch wenn mir das Set von Kada zur Verfügung gestellt wurde, ich behandle jedes Set grundsätzlich gleich und zwar so, als hätte ich es von meinem eigenen Geld gekauft. Ich mache da absolut null Unterschiede, weil ich davon einfach überzeugt bin, dass ihr eine ehrliche Meinung verdient. Ich will euch hier ja zeigen, wie es meine Erfahrung ist mit dem Modell, was ich davon halte und da berücksichtige ich natürlich freilich den Preis. Das heißt, genau, das nur hier nochmal als Hinweis, wer übrigens überhaupt nicht mehr warten kann, Hinweis Nummer 2, ihr findet unten drunter einen Link direkt zu Kada. Wer also überhaupt nicht mehr sich gedulden kann, sagt, das Modell, das will ich jetzt sofort, kann er gerne unten mal vorbeischauen. Im Kada Online Shop ist es nämlich schon verfügbar mit einem Rabattcode, der auch unten drunter steht, spart er nochmal 5% auf euren Einkauf. Also für die, die vielleicht nicht mehr warten können, bis das Modell dann auch für europäische Händlern verfügbar ist und für all die, denen es so geht, das reicht schon mal. Ganz großes Dankeschön, allerdings wie immer natürlich auch absolut keinen Druck, ihr könnt reinschauen oder nicht, es bleibt komplett euch überlassen. So viel mal zur Verpackung, ja ansonsten ist da jetzt nichts mehr drinnen, außer hier dieser Innenkarton, das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Manche nehmen den ja auch direkt, um hier die Teile zu sortieren. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sieht das so aus, schöne nummerierte Tüten. Könnt ihr gleich ein bisschen raschen, aber was ist unser Hobby ohne ein bisschen ASMR-Geraschel. Wir haben hier wieder die Reifen drinnen, wir haben auch hier die Felgen und allein die Felgen. Ich finde ja die Felgen schon cool, die Kada produziert. Das muss ich euch hier mal zeigen. Sieht das nicht cool aus? Also mal ganz ehrlich, allein dieser Mold, ich finde ihn cool und wie man sieht, keine Kratzer. Hier innen, das ist schön matt, das ist glänzend, das passt. Finde ich echt schön und dafür, dass die nur so in der Verpackung liegen. Also Hochglanz poliert, einfach auf Hochglanz poliert, ich finde es geil. Und das sind allerdings nicht die einzigen Verschönerungselemente für die Räder. Wir haben auch noch ein Muster, was vorne raufkommt. Ich glaube, das ist dasselbe wie bei den blauen Rennwagen, den ich euch vorgestellt habe. Review findet ihr oben in der Infobox. Genau, das sind sie eh. Das sind die hier. Da reden wir dann noch drüber im Review. Genau, noch ein paar Einzelteile, die liegen hier lose drin. Dann eben die Felgen. So, vier Felgen, drei Räder, ein Rad fehlt uns, noch wird sich nicht verkrochen. Hier, hier ist das Rad. Ich sehe jetzt mal auf die schnelle drei verschiedene Typen, Gruppen. Interessanter für uns ist jetzt wahrscheinlich das hier und zwar ist das die Anleitung. Sonst ein kurzes Garage. Ich schaue nochmal, wir haben natürlich noch ein weiteres Einzelteil. Wir haben schwarze Zweierpins und haltet euch fest. Ja, man erkennt es, es sind schwarze Dreierpins. Geil, einfach geil. Ich habe das schon im Preview erwähnt, dass ich hier keine blauen Pins erkannt habe. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie es so gebaut, dass man außen in der Fassade eher, oder in der Karosserie, in der Fassade, der Karosserie die Zweierpins verwendet hat. Aber nein, es sind tatsächlich Dreierpins in schwarze mit dabei. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht mehr. Genau. Hier nochmal der obligatorische blaue Teile-Trenner von Kader, ein Differential in orange, worum auch immer. Aber okay. Große Rahmenelemente sind hier zum Beispiel auch mit drin. Und wahrscheinlich auch wieder die PIN, also die Liftarme mit den Wechselseiträgen, mit den um 90 Grad gedrehten PIN-Löchern. Ihr wisst, was ich meine. Da gehe ich mal davon aus. Die anderen Teile, die mir dann noch auffallen werden im Laufe des Bauprozesses, da komme ich dann freilich noch während dem Review drauf zu sprechen. Das Erste darf das mal ganz kurz auf die Seite. Auch hier die Einzelteile. Und wir werfen einen Blick auf die Verpackung. Und weil ich natürlich wieder mal so intelligent bin und meine Schere nicht vorbereitet habe, greife ich mal kurz ins Regal. Dann schlüpseln wir das mal auf. Scheint übrigens tatsächlich noch die Kader Originalverschweißung zu sein, weil bei europäischen Händlern, glaube ich, werden die ja dann geöffnet und nochmal neu verpackt. Wir öffnen uns mal, dann haben wir hier nicht nur ein Anleitungsbuch, auch nicht zwei, wie es hier steht. Wir haben tatsächlich drei. Zwar im einen. Schauen wir dann gleich, was sich da drin befindet. Wir haben auch, wir hatten das Positive, die vielen schwarzen Dreierpins. Für alle, die Sticker nicht ganz so freundlich gesinnt sind, wie es ich vielleicht bin. Mal tief durchatmen, schauen, ob ein Arzt anwesend ist. Das hier sind die Aufkleber. Das sind zwei richtig große Bögen. Wenn wir auch so einen Vorher-Nachher-Vergleich machen im Review. Ich baue es mal ohne Aufkleber auf und bringe die dann erst im Nachhinein an und dann schauen wir mal, was besser aussieht. Da kann man vielleicht auch verschmerzen. Wir schauen es uns an. Das ist ja alles kein Thema. Kadertypisch. Also sie wirken nicht, als hätten sie eine schlechte Qualität oder irgendwas. Wenn die Qualität bei Aufklebern passt, ist es, gehe ich meistens besser. Bin ich zumindest. Es gibt viele, die sagen, ich klebe nicht mal eine 1x1-Vliese auf. Verstehe ich dann auch, weil es einfach Leute gibt, die keine Aufkleber mögen. Ich bin da ein bisschen entspannter. Aber wir schauen uns das an, wie es denn so wirkt. Wir haben hier Bauanleitung 1. Zu Beginn die Erklärung, wie der Kader-Teil-Trenner funktioniert. Das sieht auf den ersten Blick aus wie eine Wissenschaft für sich. Eigentlich ist das Ganze einfach und intuitiv. Danach geht es auch schon los mit dem Aufbau. Hier sieht man nochmal, wie das Ganze zusammengebaut wird. Die einzelnen Bauabschnitte, auch schon ein bisschen was von der Technik ist da zu erahnen. Wie ich es jetzt hier sehe, haben wir die unmotorisierte Variante. Ich nehme dann einfach meinen Rennwagen von Kader auseinander. Da sind die Elektronik-Komponenten bis auf die LEDs ja auch dabei. Dann hauen wir das auch noch hier rein. Dann schauen wir mal, wie der performt. Weil ich darauf angesprochen wurde, dass der jetzt im Vergleich zum Rennwagen nur einen L-Motor als Antrieb hat. Müssen wir uns das dann anschauen. Ein L-Motor hat eigentlich auch bei, also der L-Motor Pro von Kader hat bei Eric Shreks Kreation auch ausgereicht. Wenn ich mich richtig erinnere, war das tatsächlich auch nur einer. Und der hatte mehr Saft. Obwohl er tausend Teile mehr hatte, hat das Modell von Eric Shreks die bessere Performance abgeliefert, als der vergleichbare Dump Truck von Lego. Übrigens werden auch hier wieder im Gegensatz zum Phantasma die alten Bauabschnitte ausgegraut. Wir haben in der ersten Anleitung 83 Seiten. Dann haben wir in der zweiten, geht es da wieder bei 0 los, ne da geht es weiter direkt bis hin zur Seite 165. Und dann in der dritten Anleitung, da wird es ein bisschen früher wahrscheinlich aufhören, gehe ich mal davon aus. Mal schauen, wann ist das Modell endgültig fertig gebaut. Das dürfte ja sicher hier irgendwo sein, bevor dann die Elektronikkomponenten herzukommen. Okay, hier werden sie schon. Eingebaut habe ich die jetzt übersehen. Ich schaue da nochmal rein. Insgesamt sind es jedenfalls auch hier nochmal 245 Seiten. Da ist das Modell fertig gebaut und danach haben wir noch etwas, das Krikada gut hinmolken, leider gar nicht. Und zwar eine Teilliste, Doppelseite. Wenn man sich das mal so anschaut, ist das farblich insgesamt auch sehr entspannt. Wir haben schwarz, wir haben grau, wir haben gelb. Wir haben einen reifenden Umflick, weil ich ihn umschmeiße. Und das passt gut zum Modell. Farblich gesehen, uh, 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 ich sehe schon ein paar Sonderteile. Und zwar bitte den Blick mal hier oben. Und ich hoffe, dass da Fokus drauf geht. Ja, also sowas kannte ich noch gar nicht, solche Teile. Umgekehrt auch hier bitte beim orangen Differential drauf achten, dass das nicht die normale Bauweise des Differentials ist. Also, ich freue mich drauf. Neue Teile, äh, schwarze Dreierpins, coole Felgen, vielleicht etwas lästiges Sticker. Wir schauen uns das an. Ich freue mich auf den Aufbau. Der wird natürlich auch in Livestreams stattfinden. Und dann finden wir im Review noch heraus, was das Ding dann im Endeffekt auch taugt. Die komplette Kader-Playlist haue ich euch hier noch rein. Das war's für heute. Macht's gut und ciao.